Ein wunderschönes Hallo und Willkommen mal nicht bei Dead Island, sondern bei Left 4 Dead 2. Da hat ich mal ein bisschen Lust drauf. Ja, und das werde ich jetzt ein bisschen spielen. Leider ohne den Marcel. Aber nun gut. Und ich spiele den Mutationsmodus mit diesem M60-Kram. Da hat man wohl nur diese Knarre. Die habe ich so noch nie gespielt. Und da will ich mal gucken, wie das so ist. Und die Karte ist Dead Center mit diesem Einkaufszentrum-Kram. Und ich spiele den guten Nick. Wenn er jetzt mal hier laden würde. So, ein bisschen Erholung von Dead Island, ne? Left 4 Dead ist da ein bisschen schneller und zügiger vom Zombieschlachten her. Ja, los, lade, fertig. Das dauert ja immer ein bisschen. Oder auch ein bisschen schneller, manchmal. Da, der Balken ist... ja, geht drauf. Haben die uns gesehen? Nö. Haben die uns gesehen? So, wir haben eine Magnum und dieses Stummgewehr. Oh, die Bots auch. Sehr cool. Oh, der Nick mit so einer... Ach, der Nick. Alice. Der gute Alice. Der hat so eine große Knarre. Und die... Hotel. Und Coach. Und leider kein Marcel. Marcel ist nicht in Sicht. Vielleicht ist er... Der ist mit dem Hubschrauber abgehauen. Der ist einfach abgehauen, die... Diese... Dieser Mann. So, dann gehen wir mal zum Schutzraum. Hab ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh, das war das. Oh. Heilige Scheiße, Zombies! Ja, genau. Heilige Scheiße. Ey, sogar unendlich Muni! Ist ja wohl der Hammer. Ey, ihr bleiben Zombies! Dann kann man sich immer ein bisschen in Ruhe umgucken. Äh, das ist ein... Badesimmer. Oh, Smoker und Hunter irgendwo. Boomer auch. What the fuck? Das ist ja die Finger von mir. Fernseher. Oh, da lag was. Ah, Peelen, Peelen, Peelen sind mal gut. What the... Das Dörre Vieh knall ich ab. Das Dörre Vieh? Das war ein Boomer. What the... What the hell are you? Vorsicht! Da kommt er irgendwo. Ah. Alter, den Hunter habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Ob man da rüber gesprungen kommt. Jockey! Jockey! Ich hab ihn! Ja, mit der M60 ist glaube ich das nicht so schwer. Aber ich hab's mal auf normal gestellt, weil... Wenn man alleine spielt, stellt ich das lieber nicht höher. Auf schwer bräuchte man dann schon mindestens zwei Leute. Konnte man hier nicht irgendwo nach rechts? Ja, hier. Gab's hier nicht mal ein Ninja-Schwert? Nach dieser Karte gibt's wenig Optionen. Achso. Da klopft jemand an die Tür. Lade nach! Hier ist irgendwo ein Charger. Ist der dahinter? What the... Oi, oi, oi. Oh, ein Schuss und weg war er. Hier war ich schon. Da, 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 da. Da, da. Geht's weg! Lade nach! Hier muss man gar nicht lang. What war dat eben? Oh. Oh, da, Tommy ist hier. Das ist ein Schutz. Da kann man wieder spawnen, wenn man tot ist. Ein Splitter. Irgendwann vorn ein Smoker. Und da mit dir. Oder auch nicht. Oh. Den sieg ich immer überhaupt nicht. Geh weg. Auf Wiedersehen. So, Coach und so. Die ballern hier schon fleißig umher. Mann, du. What the fuck? Geh, geh, geh. Tööö, Tür zu machen. So. Oh, jetzt gehen wir hier schon runter. Da brauchen wir immer nur ein paar Kugeln von dem Zeug. Oh, Jockey. Bring den, ja. Bring den doch mal um. Oh, der Modus ist schon ziemlich krass mit so einer Knarre. Da war doch ein Boomer. Ich hab den doch gesehen. Angriff. Ich hab doch den Boomer gesehen. Wo ist der? Alter, wie sie wegfliegen. Da war Boomer-Kotze. Upp. Tala. Hier ist noch eine Rohrbombe. Perfekt einfach mal. Ich nehm ne Rohrbombe. Ich nehm ne Rohrbombe. Da ist noch eine. Mann, Mann. Au. Wir sind gar keine Zombies mehr. Doch, da. Könnt ihr haben. Rohrbombe. Ich nehm mir die noch mit. So. Na, hier ist der gute Fahrstuhl. Dieser Aufzug geht noch. Ja, Nick. Schon recht. Nick, wurde eine gewissen? Oder wie läuft das? Ne, mir geht's gut. Meine Freundin nennt mich Coach. Ah, hi Coach. Hey, bin Rochelle. Und du? Carlos. Freut mich sehr, Rochelle. Hi, Alice und Rochelle. Ich bin der gute Nick. Und ich höre die ganze Zeit irgendeinen Jockey. Ähm. Ah, jetzt sind wir angekommen. Wir werden... Oha, hier ist aber Feuer und Nebel. Fresst das, ihr Zombie-Viecher. Fresst das, ihr Zombie-Viecher. Jockey ist tot. Sind die Feuer fest? Sind die Feuer fest? Oh, die kommen wir ja schon an hier ran. Na, na, na. Tut mal was, Nick und Alice. Die stehen da einfach nur drin rum. Wo müssen wir denn hin? Medikid, hab ich noch. Alter, hier bricht alle zusammen. Oh, Rochelle hat aufgepasst. Sehr gut. Watt. Hat sie... Ja, eben anhört. Was macht er denn da oben? Das ist ja einfach Boomer. Ähm, das ist bitter, kotze. Na, kommt mal mit, Alice. Das Smoker ist einfach tot. Oha. Was denn? Was haut mich hier? Aufpassen. Hey, hier ist Boomer-Kotze. Lass mich. Ihr habt keine Chance gegen uns. Oh, Alice im Hinterkopf geschossen. What the fuck? Was macht er denn hier drin? So, fertig. Juhu. Hier, ihr stinkmäuligen Wichser. Ihr stinkmäuligen Wichser. So, Leute. Das war der erste Part. Weil das ist ja nur eine Nebenbeschäftigung zwischen Dead Island und One Piece und so. War die Knosselhofen ab. Das ist der erste Part. Der nächste Abschnitt ist Infektionszentrum. Die Straße. Der zweite Abschnitt. So, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.